Die Idee hinter der Corvette von Chevrolet beinhaltet seit jeher den Rennsport. Ein Beweis dafür ist das Logo, das jede Corvette ziert. Zwei gekreuzte Flaggen, von denen eine das Logo von Chevrolet zeigt und die andere das karierte Rennmuster. Seit jeher steht Corvette für Leistung auf der Straße als auch auf der Rennstrecke. So verwundert es nicht, dass auch die Corvette Z06, die siebte Generation, durch den Wettbewerb beeinflusst wurde. Das Karosserie-Design wird von der Aerodynamik bestimmt. Ideale Gewichtsverteilung durch Platzierung des Getriebes zwischen den Hinterrädern. Zusätzliche Kühlung für kritische Komponenten wie Bremsen, Motoröl und Getriebeflüssigkeit. Jedes dieser Merkmale lässt sich direkt auf die Rennstrecke zurückführen. Redenstrecke 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 zurückführen. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , 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 30 Sekunden. 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 30 Sekunden.